Ein lächelnder Patient sagt mehr als tausend Worte. Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis von Dr. Adrian Sotter in Köln-Portz. Wir sind immer gerne für Sie da und kümmern uns um Ihr persönliches Anliegen. Von der professionellen Zahnreinigung, Überfüllungen, Implantate und hochwertigen Zahnersatz bis hin zu Wurzel- und Zahnfleischbehandlungen. Eine ganzheitliche Betreuung steht bei uns an oberster Stelle. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Termin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017